Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrVenom1974, wir sind wieder auf einem Bolly Astrocade, Bolly Videocade und jetzt machen wir Blastdroids. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt, war nicht so wirklich effektiv, aber gucken wir einfach. Okay, natürlich nicht in die Elektrozaun oder in die Elektrowand. Bloß nicht. Dies ist gefährlich. Ich kann das aber toll. Ich sehe schon, das ist mein Game. Das ist ein bisschen technisch seltsam, auch was den Sound angeht und so. Komm, komm, komm. Boah, voll zermalmt. Können wir noch einmal? Darf ich nicht? Naja. Naja. Dann darf ich halt nur einmal dieses Game zeigen. Ich bin euer MrVenom1974, okay, jetzt trau ich von dann. So nicht. Aber wenn ich das damals nicht darf, dann darf ich das halt nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.